Ich bin Marco Friede. Ich bin Lina Hausicke. Und das ist Icke Tomlitz. Aber da fehlt doch was. Jetzt kommt das Highlight. Pass auf. Perfekt. Jetzt ist es perfekt. 3x3 Versuche. Icke treffen 1 Punkt. In die Tonne 2 Punkte. Grüne Team! Ready? Oh, sorry, Icke. Shit. Ein Punkt, oder? Ich treffe immer seinen Kopf einfach. Upsi. War wieder ein Punkt? Immer auf dem Kopf. Da ist es. Zählt das gar nicht? Natürlich nicht. Für dich ist jetzt auch ein Punkt, oder was? Nee. Das wäre Wahnsinn. Zwei Punkte musst du toppen. Schau ich nicht. 2-0 Lina. Was ist dein Ziel für die ganze Challenge? Einmal zu treffen gegen was. Einfach einmal. Ja, ich gehe auf die Tonne jetzt. Die Länge war Weltklasse. Aber umso schöner, wenn ich jetzt treffe, steht es trotzdem unentschieden. Bisschen mehr Stimmung da jetzt. Grüne Team! Ach, F***. Sorry. Das ist ja erst die erste Runde. Ich habe verkackt, Mann. Ich bin so schlecht. Es wird weitergezählt. Hier gleich. Wo ist das Polen los? So, jetzt wieder auf Ecke. Auf seinen Kopf. Nix, ne? Boah. Jetzt aber eine Tonne. Nein! Der wäre außer dem Stadion der Wurf gegangen. So, komm. Straf dich. Meinet, ich gehe jetzt dreimal auf das Männchen. Oh mein Gott. Das ist schade. Aber das ist ein Punkt. Nummer zwei auf Ecke. Ach, leck mich am Arsch. 2-1 ist okay. Einen Punkt habe ich gemacht. Dritter Durchgang, oder? Gibt es noch einen? Ja. Oh, jetzt. Das ist der letzte Durchgang. Jetzt muss ich Führung halten. Druck ist schon da. Two-Minute Warning. Ja. Richtig, Ecke. Aber es muss doch mal einer die Tonne treffen jetzt. Nein. Nein. Das ist okay, ist okay. Es reicht die Führung. Ich weiß es nicht. Aaron Rodgers und Hail Mary immer gefährlich. Ist richtig. Aber ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich lehne mich zurück und gucke. Jetzt mache ich drei Männchen. Dreimal das Männchen treffen, dann gewinne ich. Natürlich, das ist eine absolute Witching-Hour jetzt. Eine Minute 40 noch auf der Uhr. Dreimal das Männchen. Einmal. Besser kann man den nicht werfen. Witching-Hour geht weiter. Aber die können auch beide rein, gell? War halt bitter jetzt. Ach, der ist mir ausgekommen. Aber... Wenn ich jetzt treffe, ist es unentschieden? Druck ist da. Letztes Mal haben die Nerven vom Aaron versagt. Schauen wir mal, ob er jetzt wieder reinkackt. Ach, das ist so ein Klatschspieler. Aaron Rodgers. Er ist da, wenn man ihn braucht. Jetzt ist es unentschieden, oder? Ja. Was machen wir jetzt? Overtime. Ich mache den jetzt einfach rein und dann ist Ruhe. Nein. So, wenn ich den jetzt mache, ist es vorbei. Dann mache ich das, oder? Einfach mal kurz und knapp. Alles gut. Es war alles gut. Eigentlich voll eine Bombe, Herr Ficke. Eine richtige Bombe. Nein, nein, nein. So gut, dass ich hier geblieben bin. Scheiße. Wenn du es jetzt nicht fertig machst, dann mache ich es fertig. Nur, dass du weißt. Dann mache ich es jetzt fertig, okay? Okay. So, fertig machen zum Jubeln. Der ist es. Oh! Ein Punkt, ein Punkt. Der Druck ist hoch. Ja, ich gehe wieder auf die Tonne. Ja, Tonne für den Sieg? Natürlich. Nein, Tonne. Klatschspieler. Ach, Leck. Ach. Ja, es soll nicht sein. Wieder der Tom. Gratuliere wieder einmal. Ja! Es wird einfach nichts mehr. Tom. Bester Mann. Icke, Alter. Kannst du mal einen Ball fangen? Ja, gratuliere wieder. Wieder muss ich mich geschlagen geben. Tom ist eigentlich schon im Ruhestand, aber für dich hat es gereicht. Was? Der kommt eh wieder zurück. Glaubst du? Nein, diesmal nicht. Ähm, ja. Ich habe es probiert. Ich habe mich besser geschlagen. Er hat den Sieg in der eigenen Hand zweimal. Aber Hauptsache leider wieder nicht über die Runde gebracht. Deshalb gratuliere. 2-0. Ecke haben wir einen guten Job gemacht. Markus ist schon weg. Hat wieder gereicht für einen Sieg gegen ihn. Vergesst nicht, alle YouTube-Videos von Werder zu liken. WerderTV-Kanal abonnieren, kommentieren, guckt euch die Videos an. Das war's von uns. Das war's von uns. Wir Toolboxx-Woo. Wir haben jetzt hier, noch einen Sieg gegen die Runde aus. Wir dritten. Wir nehmen uns. Wir machen uns. Wir sehen uns.